jetzt nix mit rumlaufen also du hast zwei waffen da ist noch einer von dem einen habe ich wahrscheinlich wenn ich verfehle keinen mehr außer ich töte einen dabei genau und mit Q kannst du wechseln da hast du ja auf das Karte ein Messer ja wer war das Mist nein Mist verdammt verdammt ich stand nur ich erinnere mich an deinen letzten Spruch den werde ich nicht mehr auffälliger Karton doch nein doch doch nein das ist schnitzel das war schnitzel das war schnitzel doch was ist jetzt oh nein 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 das war jetzt toll boah ne oder ach klar schnitzel in der luft oder was ne ich war unten als ich geschossen hab ich glaube ich ich war lieber wieder stumm ja paula ich sag nix ja 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 anstatt 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 mach doch einfach biip 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 toller schnitzel nein nein er ist Christus war jetzt echt für arme gewiss doch ne scheiße Ich schieße sogar auf dich weißt du, bevor du auf mich schaust, boah, was ist denn das? Das ist ja geil! Das ist ja geil! Das ist geil! Hä? 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 War wieder klar! Oh mann! Schnitzel, alles gut! Der Schnitzel hat heute gute Laune! Wir haben den jetzt da oben gesehen! Hä? Das ist der einzige Fehler an der Map! Du! Nur du als Spieler spawnst da oben! Oh mann ey! Ist nützlos! Hä? What the box? Wie mache ich denn den blöden Chat? Klein, da ist bei mir der Chat die ganze Zeit auf! Hä? Nein! Nein! Pit war noch irgendwo! Ja, ich habe Pit, dann ich und dann kam Schnitzel! Ja, und dann kam Tüte! Neuer Filmtitel, und dann kam Tüte! Nein, oder? Pappsituation! Pappsituation! Ja! Keine Papps! Aber Papp kann es auch sein, ja! Nein, Tüte! Jetzt! Boah! Was ist denn jetzt kaputt? Bochs! Boch! Wie ist denn das kaputt? Hahaha, das ist so geil! Hahaha, das ist so geil! Das wird wieder Gespräche werden. Nein doch! Die typischen Waterbox-Gespräche. Pit, Chris, Tüte! Das kann nur das Schnitzel sein! Nein, das war die Paula! Kekse, du Kröcke! Tüte! Was ist denn Böse? Ich kann doch... Piep, piep! Das ist ein Gucker, piep! Der war schön, der war wirklich... Piep! What? Der Box! Ernsthaft! Ja, ernsthaft! Jihaa! Ich höre diese Scheiß-Doppel-Kills! Na! Auf geht's in In-Fight! Komm her! Oh Mann! Alles Doppel-Kill, Doppel-Kill, Doppel-Kill! Abbruch! Da-da-da-da-da! Ups! Der zeigt einfach nur, ob wir zu gut für dieses Spiel sind. Oh Mann! Der Schnitzel ist an der Spitze, ja! Nein! Der Schnitzel ist vorne! Nein! Mann! Der Blasen ist uns wieder schwindelig! Nein! Nein! Hä? Hä? Der Schläger ist noch der Schläger! Oh Mann! Versteck dir doch die... sich nicht verstecken du brennst ernsthaft der ist aber auch über alter chris also der sieht echt alles der sieht alles das gibt es doch gar nicht kaputte karton gestapelt ist kann nicht jeder vor allem hat chris kicksel gekillt und nicht mich ich habe gedacht ich habe zumindest kicksel noch erwischt man 13 13 13 13 und dann unten sieben schnitzel könntest du bitte in deiner aufnahme einen dauerpiep drüber setzen das denke ich war gar nicht lustig paula kann froh sein dass ich nicht die rechte habe warum schlüssel ja gott ausgerechnet dieser karton kam mir nicht sehr der sprung war gut von chris ja der karton kam mir nicht verdächtigt vor oder erschienen mir nicht verdächtigt wer hat mich da jetzt abschossen wer war es geht zu natürlich wie der chris wie soll die oben in der mitte stehen einfach einer nach dem anderen stirbt ach verdammt zu spät gesehen nein doch doch bei dem och schnitzel ab da freust du dich ne da freust du dich das macht dir spaß ne so so kicksel fängst du jetzt auch an kickel ist so ein feier das ist richtig kickel jetzt kommt sie nichts verstecken jetzt ist nein das tut uns jetzt aber traurig äh hallo paula sheetet gut sie gar nicht paula ist an feiern recht versteckt nicht mal paula wer ist denn da noch alles mit messer klar geantwortet ich schieße auf dich und es geht an und paula ist auch noch da ja ja okay was aha verdammt mach mit was das war nein ich schweige einfach nur hat sich gerade von seiner frau eine rolle panzer stellen geben lassen und einmal um den kopf wickeln wir beide müssen reden das war so geil da hat jemand daneben geschossen die map ist nicht meins überhaupt wir kennen da noch einen kandidaten der fand die map auch nicht besonders lustig klar ich bin hier näher gelaufen ich meine ich meine tommy ach so ja ja genau ich sehe das messer in dem moment wo ich drauf springe ja okay ich wollte auch nur runter schon wieder rum Okay.